Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Kleine Information für dich, dieses Video bestand aus einem Livestream von mir. Also wenn es chaotisch wird oder nicht nicht, das war uns Alltag. Jetzt geht es weiter. Vielen Dank. Der schwarze Ritter sieht fast genauso aus wie der Maike. Ja, das sieht gleich. Okay, gehen wir dahin. Okay. 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 Okay, eins, zwei Zwei sehe ich jetzt schon mal Drei Vier Alles klar Willkommen Doki, 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 Doki Nehmen wir doch welche Doki, Doki, Doki Doki, Doki, Doki Doki, Doki, Doki Ich brauche eine Waffe Moin Oh ja klar, die Linien Ja logisch Die Linien ist klar Wenn wir nicht mal aus der Kiste Sondern einfach an die rumfliegen Mach die Mach die Kiste auf Ich warte hier Ich bin jemanden Wasp 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 äh, warte äh, ich schlürf mir grad mal ein vorsichtig eine Scheune, äh, hüpfen wir hier rum, lassen wir es hinten raus da eine kleine Scheune ich hab nur 62 Schuss, äh, nicht der Hit ich drück doch E, wieso nimmst du die nicht aufgeplößt, Ding ich hab nur 62 Schuss, äh, nicht der Hit ich hab nur 32 Schuss, äh, nicht der, die keine muni mehr als ob 14 schuss ja zum schuss ich brauche unbedingt munition alter sonst geht gar nix ich habe die schattepumpe noch aufgehoben ja nun zum schuss wenigstens etwas besser als gar nix Äh, Doktor, ich hab für dich noch, äh, mit ich, äh, Verbände. Äh, ich hab mal locker. 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 Ich hab mal locker. Ich hab mal locker. Äh, Richtung S laufen wir hier am Baum. Will ich jetzt aber nicht angreifen, wegen Mangel des Munitions. Puh, 19 Schuss, ne? Oh, mit den Muni, ey. Kann man nicht sagen, dass es hier nirgendwo Munition gibt. Toxic, lass uns mal langsam an den Haus hochschleichen. Also, bevor du, äh, noch nicht schießt, bevor du nicht oben bist. Außer, die schießen natürlich dann. Ist klar. Ja, ey, der war doch gar nicht mal um die Ecke. Wie kann er mich denn holen? Der war doch nicht mal um die Ecke. Hey, ist klar, der war doch nicht mal in der Sichtfeld. Okay. Okay. Wenn Sie jetzt mal mit einer Ecke gell ehr an, ganz mal ein paar Hнем. Wie kann er ich simples? Wie kann er mit einer leicht vor